Hallo Freunde, wir sind wieder unterwegs Richtung Norwegen, jetzt haben wir mal Oslen nach Wien gegeben. Jetzt sind wir gerade bei Naudon, das ist der erste Mal auf dem Trenner, haben wir da ein bisschen zu Mittag gegessen. Dann sitzen wir da hinten und lachen. Jetzt sind wir gerade Wasser-Fühlen gegangen, jetzt fahren wir weiter. Madlix steht da hinten, auf geht's. So, jetzt haben wir noch ein paar B-Rolls. Samuel, hast du Wasser geholt? Bitte Nils, der bringt sich um. Ich bin so schnell gekommen. Sam, stop. Tschüss. Wir werden uns in trouble sein. Sam, stop. Wir werden uns in trouble. Zack, stop. Zack. So lange kann man erhören. Leute, jetzt sehen wir mal vor, der Elektro hat er zuvor. Der Diesel kostet 127 € pro Liter. Der Benzin kostet 148 € pro Liter. Komplett voll da. Man liegs, man liess, man liess. Inserauto. Man liess, man liegs. Da warte ich da noch. Da warte ich da noch. Teile Sache. Ist schneller. Mehr. Schleller. Mehr. Das hat Streitigkeiten gegeben. Da bin ich noch ein Lu... Alter Shit bin ich nicht da. Der Moritz hat mir ein Luang gelassen. Jetzt such ich... Auch da oben steht da, warte, jetzt weiß ich nicht. Die Straße überqueren. Da hinten kommt man jetzt. Machen wir ein paar Drohnenaufnahmen, weil es ist gerade mega geile Sonnenuntergangsstimmung. Aber da sieht man es nicht weit. Danach siehst du, wie ein Bild ist. Das war's. Scary Shit. Oh fuck. Du machst so ganz leichte komische Bewegungen. Ja, ja, stimmt schon. Weil ich jetzt E-Mails schreibe. So liebe Freunde, jetzt sind wir hier bei Super Cha Cha. Jetzt ist es... 10 Uhr, 2.30 Uhr und 5.30 Uhr Sekunden. Ähm, jetzt sehen wir uns das letzte Mal. Danach zeigt man direkt Hamburg rum. Wir sind hier in der Bamba schlafen. Jetzt sind wir gerade gewählt, dass wir in so ein Restaurant gehen. Es war aber zu. Da hat es acht verschiedene Arten von Schnitzel gegeben. Es war aber zu. Da sind wir Burger King gegangen. Mega grausig. So, die Bommes waren grausig. Alles war grausig. Außerdem hat es richtig sein schon gegangen. Und wir haben eine halbe Stunde gewartet auf das Zeug. Ich fahre heute nach Hause. Man sagt, morgen kaufen 100 Euro Sushi. Ich habe mir gesagt, so als Kompensierung von wie grausig, dass wir heim gegessen haben. Passt. Das haben wir gesagt. Ich bin die ganze Zeit eigentlich da gestanden und habe mich voll gefühlt. Ja, wir haben wir gerne etwas besogen. Ja, ja. Dann hast du eigentlich alles gesagt. Ja, wir haben wir gerne etwas besogen. Boah, komm nicht so gleich mal. Komm nicht so gleich mal. Nein, dass die Bommes jetzt so schlimm waren, wie du überhaupt gesagt hast. So. 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 So, am ich schon passiert? Nein, nein, okay. Das ist doch. Bye. 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 Bye.